So, jetzt muss er mit dem Nade voranlassen. Er weiß, dass er bei euch ein Stehen fällt. Diego in Schünkel. Diego ist auf dem Rand gefährlich aus dem Spot. Er hat richtig gutes Anger, Junge. Stark. Wegen Gaming sehr defensiv. Wir dürfen Android keine weiteren Kurs machen. Diego, Diego, Diego. Schön ausgemacht, Mann, Mann, Mann. Ich hab' nicht mal gesehen. Ich kippe hier ab. Der dritten, doch Diego ist ein bisschen on fire. Ja, jetzt will er so ein bisschen enjoy, dass er abendet. Man merkt's, aber Enjoy gibt's nicht. Er ist geschlagen und gibt weiterhin Gas auf uns. Mein Gott. Und das ist Ace mit Diego. Oh mein Gott. Es ist real. Wahnsinn. Wahnsinn.